Gehen wir davon aus, dass das Leben ein Spiel ist. Das Spiel nennt sich das grosse Experiment. Du wirst in das Spiel hineingeboren und so wie das grosse Spiel oder wie das gute Spiel hat auch diese Regeln. Eines dieser Regeln ist der freie Wille. Du kannst deinen freien Willen nutzen, wenn du willst. Jetzt ist es aber so, dass wenn du da mal erkannt hast, dass du einen freien Willen hast und du willst den auch ausleben, wirst du feststellen, dass es Leute um dich herum gibt, andere Spielfiguren, die nicht wollen, dass du den freien Willen nutzt. Eine Möglichkeit, warum die anderen nicht wollen, dass du den freien Willen nutzen oder einsetzen willst, ist, wenn du den freien Willen nutzt, könnte das sein, dass du etwas von den anderen nicht willst. Sprich, sie würden dich verlieren oder sie hätten damit ja nicht mehr klar. Oder du würdest ihnen eine Form von Konkurrenz bieten, weil du auf das Mal in Freiheit lebst. So wie die Analogie mit den zwei Leuten, der eine der Leute im Zoo und der andere der Freiheit. Wenn die miteinander eine Konversation halten, dann stellt man fest, dass die zwei Welten so etwas für komplett unterschiedlich sind, dass der eine sich nicht vorstellen kann und umgekehrt genauso nicht. Der freie Wille kann es auch machen. Wenn du in diesem Gehegegen bist und du möchtest deinen freien Willen nutzen, um frei zu sein, was auch immer du unter Freiheit verstehst, dann musst du das loslassen, was du bisher gekannt hast. Komplett. Du musst dich lösen. Loslassen. Wenn du nicht bereit bist, um loszulassen zu können, wirst du unter Umständen auch nicht den freien Willen praktizieren können, weil der freie Wille bedingt zwangsläufig etwas loszulassen müssen. Gehen wir mal davon aus, du bist krank. Was auch immer du hast. Krebs, Diabetes, Pronkritis, keine Ahnung was für komische Krankheiten. Du gehst zu einem Heiler, wohlbemerkt nicht zu einem Arzt, zu einem Heiler. Den würde ich heil machen. Und er sagt dir, ich kann dir erst helfen, dich zu heilen, wenn du gewillt bist, das loszulassen, das dich krank macht. Willst du das? Willst du das Alte loszulassen, das dich krank macht und gesund werden? Willst du das behalten, das dich krank macht, und willst du weiterhin krank bleiben? Du darfst es nicht falsch verstehen. Wir haben ein Krankheitssystem mit der Krankenkasse, mit einem Krankenhaus, mit Medikament. Und das sind solidare Streit. Dein Beitrag an deine vermeintliche Gesundheit besteht darin, dass du die Krankenkasseprämie zahlst. Und wenn du die Behandlung beansprichst, dann zahlst du noch etwas obendrauf, abhängig von der Frosche Isse, und gut ist. Du wirst auch bei diesem konkreten Beispiel feststellen. Es ist egal, was für eine Behandlung du nimmst. Es ist darauf ausgelegt, dass du das Alte nicht loslassen musst. Gehen wir mal von einer gewöhnlichen Arbeiterbeine aus. Dann steht am Morgen auf, geht arbeiten, kommt am Abend nach Hause, hängt auf der Glatze, geht vielleicht noch in einen Verein oder in eine Bar, in ein Restaurant, was auch immer, in einen Club. Und am nächsten Morgen genau das Gleiche wieder. Dann steht auf, geht arbeiten, macht sein Ding. Irgendwann braucht der Körper auch wieder eine Phase, wo er sich wieder aufladen kann mit Energie, dass er Energie tanken kann, dass wieder Power daherkommt. Du gibst ihm aber die nicht, weil das System, in dem du dich drinnen befindest, lässt es nicht zu, oder vielleicht ist auch dein Ego, das es nicht zu lässt, weil du willst nicht als schwach oder krank erscheinen. Oder du bist ehrgeizig und willst unbedingt etwas erreichen. Aber der Körper sagt, ich brauche eine Pause, gib mir zwei, drei Tage Erholungsphase und du gibst ihm die nicht, du wärst krank. Du gehst zum Arzt und der Arzt gibt dir irgendwelche Medikamente, die dich wieder geputscht, den Kopf weggemacht oder kein Eingewas. Und am nächsten Tag gehst du wieder arbeiten. Du hast dem Körper die Erholungsphase nicht gegeben. Du hast auch dem Geist die Erholungsphase nicht gegeben. Und darum ist, ich sage jetzt mal provokativ, dieses Krankheitssystem würde dich nur temporär gesund machen, damit du weiter funktionieren kannst. Aber gesund bist du nicht und geheilt bist du genauso nicht. Jetzt ist es aber so, dass es gewisse Heiler oder Ärzte gibt, die dir sagen, was du zu tun hast, was du zu ändern hast. Du musst mehr Sport machen, aufhören rauchen, aufhören trinken, gesünder ernähren. Und zuerst feststellen, es ist nicht ganz so einfach, vor allem loszulassen. Du machst vielleicht so einen sogenannten Cheat Day, einen Tag, wo du bescheissen kannst. Du trinkst die ganze Woche keinen Alkohol, weil es Alkohol kann, aber am Wochenende trinkst du einmal. Als fanatischen Fitness-Junkie, wo du eigentlich schon fast wieder eine Sucht ist. Also wenn es zu einer Fitness-Junkie wird. Und du hast einen strikten Diätplan, weil du etwas repräsentieren möchtest. Du möchtest deine Physik so formen, nicht unbedingt richtig Bodybuilder, aber trotzdem so in dieser Intensität. Du machst das, aber trotzdem, die Diät, die du einhalten möchtest, ist so strikt und streng und irgendwie akzeptierst und tolerierst du den strikten Planang nur, weil du das Ergebnis siehst. Und das Ergebnis lässt sich zeigen. Bei mir jetzt nicht, aber das Ergebnis lässt sich zeigen. Und trotzdem, es macht nicht direkt Freude. Und darum machst du so einen sogenannten Schiss-Tag, wo du gleich einmal Pizza essen gehen kannst. Einmal in der Woche. Oder was auch immer. Es gibt hier ein Sprichwort, Jeder hat sein Laster. Und die Ausrede vom Jeder hat sein Laster ist eigentlich nichts anderes, als eine Excuse, einen einfacheren Weg einzuschlagen. Obwohl ich diszipliniert bin, obwohl ich es ja mache und das andere auch mache, aber einmal am Tag möchte ich das. Aber das eigentliche Problem in diesem Verhalten ist eigentlich nicht Disziplin und eigentlich auch nicht unbedingt der G-Day. Es ist der Wille nach Zufriedenheit. Der Wille nach Lebensqualität. Der Wille nach Freude erleben können. Es mag durchaus sein, dass regelmässiges Fitnessgehen Freude bereitet, weil du deinen Körper spürst, du hast ihn trainiert, du bekommst Muskeln und du wirst früher oder später auch das Ergebnis sehen. Und das pauscht dich erst recht noch mehr. Die Freude ist schon da. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Freude eher eine kürzere Angelegenheit ist. Zufriedenheit hingegen ist länger, es dauert länger, es ist intensiver oder besser gesagt, es ist nachhaltiger. Also würde ich nach Zufriedenheit streben und nicht nach Glück und Freude. Nicht, dass ich Freude nicht haben kann, nicht, dass ich nicht glücklich sein kann, aber Zufriedenheit über eine längere Periode tut mehr besser als kurzfristige Freude. Also wer kurzfristige Freude anstrebt, wird auch Sachen machen, die kurzfristig zu dem Erfolg bringen wird, zu der Freude, zu dem Glück. Aber es bringt dir auch dazu, permanent wieder irgendetwas zu machen, um immer wieder Freude zu bekommen oder glücklich zu sein. Und das ist einfach nicht nachhaltig. Man kann auch das mit irgendwelchen Drogen, Substanzen vergleichen. Die Substanzen verändern dein Bewusstsein, sie lassen Dopamin ausschütteln und du hast eine kurzfristige Freude. Und du willst es immer wieder haben. Also nimmst du die Substanzen immer wieder, damit du auf den Glückszustand kommst. Und das gleiche ist auch mit Fitness-Junkie oder was auch immer. Es ist nur so ein Beispiel, um sich etwas darunter vorstellen. Das ist nur so ein Beispiel, dass du das nicht mehr so ein bisschen mit dem Glückszustand kommst. Und das ist auch mit dem Glückszustand.